Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen Dienstagmorgen in die Runde. Ich hoffe euch eigentlich geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Tag gestartet, nachdem gestern doch nochmal ein ordentlicher Abverkaufsdruck runterkam. Gestern gab es kein Update-Video, aber wir haben am Sonntag schon drüber gesprochen im Livestream mit Trading on Air, dass die Möglichkeit bestünde, dass wir auf jeden Fall nochmal deutlich tiefer gehen und letzte Woche auch schon immer wieder den Bereich um 17, 17, 5 angesprochen. Wir sind circa bis 18.200 US-Dollar runtergekommen. Für mich immer noch kein wirklicher Boden, aber da gehen wir im heutigen Video auf jeden Fall nochmal drauf ein. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, wie gesagt, momentan bei ungefähr 19.400 US-Dollar. Wir haben gestern die erste Ineffizienz geschlossen. Jetzt sind wir heute Nacht an der 3-Stunden-Supply-Zone rejected worden. Wir schauen mal ganz kurz noch das kleine FIP-Level dazu an, ob wir hier irgendeine Confluence haben. Wir sind übers Golden Pocket gekommen, konnten aber nicht wirklich drüber schließen. 0,786 auch nicht erreicht, wieder drunter gefallen. Also momentan in so einer wirklichen No-Trade-Zone, beziehungsweise eher in einer Short-Trade-Zone. Gestern einen kleinen Short mitgenommen, der jetzt mittlerweile wieder ausgestoppt wurde, weil ich ihn relativ schnell in den Stop-Loss gesetzt habe. Trotzdem überlege ich hier nochmal einen neuen Short aufzumachen. Je nachdem, wir schauen uns mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe, haben wir hier einigermaßen hohes Volumen in diesem Bereich. Das könnten wir uns nochmal kurz abgreifen. Heißt, nochmal in die Region um ungefähr 19.700, 19.800 US-Dollar hier hoch und dann die Trendwende nach unten. Morgen könnt ihr auch gerne bei Investing nachgucken um 20 Uhr. Zinsprognose von der FED könnte nochmal ordentlich Bewegung reinbringen. 0,75% sind eingepreist. Sollte die 1% Erhöhung kommen, rechne ich nochmal mit einem größeren Dump auf jeden Fall. Und dann sehen wir auf jeden Fall die 17.000 bis 17.500 US-Dollar. Das ist momentan die Zone, die ich weiterhin im Blick behalte. Kurzfristig, wie gesagt, nochmal so eine kleine Erholung heute im Laufe des Tages ist im Bereich des Möglichen. Trotzdem deutet nichts darauf hin, dass wir hier extrem bullish sind und hier wieder gleich nach oben hindurch schießen bzw. den Bereich hier von 22.000 US-Dollar erreichen. Wie gesagt, wir schauen jetzt nochmal ganz kurz auf den Daily-Timeframe. Auch hier gilt es weiterhin, unser Falling-Vedge-Chart-Pattern am Auge zu behalten. Ist ein langfristiges Pattern. Wir haben auch hier noch Luft bis ca. Oktober, maximal November, bis wir hier im Breakout sehen könnten. Aber es hat eigentlich perfekt gepasst. Hier oben wurden wir rejected, damals bei den 48k. Jetzt schon wieder hier bei 23k circa. Also es ist auf jeden Fall noch intakt. Und gehen wir nach diesem Pattern, haben wir Luft bis ca. 14.000 US-Dollar. Und das ist auch so das Worst-Case-Szenario, wo ich schon seit Wochen oder Monaten sage, 11 bis 14k wäre wirklich das Worst-Worst-Case-Szenario. Für mich momentan möchte ich keine Panik schüren. Aber das sind die Bereiche, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Außerdem sollten wir jetzt wirklich diese 1%-Erhöhung bekommen. 16k erstmal im Bereich des Möglichen, bevor wir hier vielleicht ein bisschen Konsolidierung sehen und dann hier erneut vielleicht bei 18, 19k rejected werden. Und dann vielleicht nochmal dieser 14k-Move. Also das sind momentan die Sachen, die ich im Auge behalte. Heute kurz ein bisschen hoch, trotzdem weiterhin Downside zu erwarten. 17, 17,5 ist das erste Ziel. Wären die Zahlen morgen extrem übel, kann ich mir wirklich die 16k oder 15,5 auf jeden Fall noch vorstellen. Ansonsten gibt es bei Bitcoin, sage ich mal wenig zu sagen. Eventuell mache ich morgen einen kleinen Livestream um 20 Uhr, weiß ich aber ehrlich gesagt noch nicht. Aber eventuell, wenn ihr Bock drauf habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr Bock habt, dass wir morgen einfach mal um 20 Uhr, Viertelstunde, 20 Minuten kurz mal live gehen. Und uns das einfach dann mal angucken, die Reaktion, was eventuell wichtig ist. So, dann schauen wir uns Ethereum an. Ethereum nochmal deutlich bearischer. Also muss man ganz ehrlich dazu sagen, wir sind gestern, kurz zur Erklärung, FIP-Level gezogen von unserem Low bei 877 US-Dollar bis zu unserem High bei ungefähr 2033 US-Dollar. Sind wir genau im Golden Pocket rejected worden. Also haben hier ersten Support gefunden, plus der Monats-Pivot S1 lag hier, plus ehemalige Supports. Und also hier kam eine Menge, Menge Support rein. Problematisch ist nur, es kam kein Volumen rein. Also keine wirkliche heftige Gegenreaktion, wo man sagt, okay, das war jetzt extrem bullisch oder so. Deswegen rechne ich auch hier, wir haben jetzt noch die Ineffizienz bis ungefähr 1.402. Also wir haben noch Luft im Laufe des Tages hier noch ein bisschen nach oben hin zu steigen. Auch in die EMA Ribbons, hier in die 4 Stunden EMA Ribbons nochmal reinzukommen, das wäre so das erste Ziel. Aber auch hier gilt weiterhin eher dieses Bearish-Preistarget, dass wir hier nochmal unter die 1.280 US-Dollar runterfallen und sogar den Bereich um 1.230 bis 1.200 US-Dollar nochmal antesten. Wir hätten dann ein tieferes Tief. Hier möchte ich dann aber wirklich eine Gegenreaktion. Wir haben auch hier noch eine kleine Demandzone, eine 12-Stunden-Demandzone, die ich jetzt noch nicht eingezeichnet habe, aber die ist hier auf jeden Fall in diesem Bereich drin bei 1.230. Wäre die Möglichkeit, dass wir hier dann ein Down sehen, nochmal ein kleiner Aufkauf oder ein heftiger Aufkauf würde ich mir hier schon wünschen und dann die Gegenreaktion nach unten. Und dann können wir vielleicht eher davon ausgehen, okay, wir haben den Boden. Das spricht natürlich alles eher für morgen, Fettsitzung, Dump, schneller Dump vielleicht, Gegenreaktion kurz nach unten und dann dieser Aufkauf nach oben. Und dann sollten wir auch so bis 20.30 Uhr, wenn dann Paul spricht, auch nochmal so bis Ende des Jahres ungefähr die Zahlen wissen. Also eingepreist 0,75, diesen Monat, Oktober 0,75, November 0,5 und Dezember 0,25%. Ändert sich irgendwas an dieser Strategie? Sagen wir, die Zinsen werden noch höher gefahren. Dann vermute ich eher, dass wir hier noch einen größeren Dump sehen werden. Ansonsten dürfte der Rest mittlerweile ziemlich eingepreist sein. So, dann schauen wir uns kurz XRP an. XRP ein bisschen anders als die ganzen anderen Coins auch hier. Klar, wir hatten gestern diesen Abverkauf in die Region um 0,34 US-Dollar Cent, aber dann sofort wieder dieser Aufkauf, also XRP momentan stärker. Hat aber den Aspekt, es gibt News, dass die Gerichtsentscheidung sich deutlich, deutlich schneller mittlerweile entschieden sein sollte oder vielleicht schon dieses Jahr ein Gerichtsurteil geben könnte. Deswegen XRP die letzten Tage relativ bullisch. Auch hier weiterhin die Akkumulationszone, die wir damals in einem Altcoin-Video besprochen haben. Also wenig hat sich hier geändert, momentan bullisch. Trotzdem gilt, wir müssen den Bereich um 0,40 auf jeden Fall rausnehmen. Hier 1, 2 Daily Closest drüber und dann auf jeden Fall mit Volumen weiterhin nach oben zu steigen. Ansonsten gilt hier weiterhin diese Seitwärtsphase zwischen 0,39 und 0,30 US-Dollar Cent. Dann Chainlink, wo ich momentan etwas sehr bullisch bin. Also wir sind hier die ganze Zeit auf unseren Abtrend. Immer wieder zwar rejected, aber trotzdem hält sich Chainlink die letzten Wochen gut. Deswegen akkumuliere ich auch momentan Chainlink in dieser Region, weil ich hier einfach darauf hoffe, dass wir hier wirklich mal ein endgültiges Breakout sehen. Wir haben zwar diese riesige Range zwischen 9,60 Dollar und ungefähr 6 Dollar, aber trotzdem erwarte ich hier sogar eher einen Breakout, als dass wir bei Bitcoin-Breakouts sehen. Klar, wir müssen jetzt morgen nochmal, also hier noch ein bisschen vorsichtig, jetzt nicht all in hier in Chainlink oder sonstiges reingehen, aber so langsam fange ich hier an, auch mehr und mehr zu akkumulieren. Morgen dann mal schauen, wie die Reaktion an den Märkten ist und dann vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr erhöhen. Aber hier Chainlink auf jeden Fall erstmal Bullish Trade Setup sehe ich hier momentan keins. Möglicherweise am Morgen so ein Long Setup, je nachdem, ob wir hier unter diesen Trend fallen, dann rasch aufgekauft werden. Das wäre eine Möglichkeit, aber momentan ist mir hier einfach zu wenig Volumen, um zu sagen, ja, wir gehen hier auf jeden Fall safe rein. So, dann kurzer Blick noch zu Litecoin. Litecoin hat leider den Abtrend gebrochen. Trotzdem kommen wir hier langsam in die erste Nachkaufzone bei ungefähr 48 US-Dollar. Haben wir auch in diesem Altcoin-Video von damals, ich glaube, ist auch schon ein Monat alt, werde ich jetzt auch bald wieder mal ein Update raushauen. Die Kaufzone kennt ihr auf jeden Fall. Die nächstgrößere würde dann bei ungefähr 40 US-Dollar liegen. Aber wir kommen hier auf jeden Fall näher. Würde auch passen, vielleicht morgen. Deswegen auch hier, wenn die Reaktion folgt nach unten, vielleicht auch mal diese Nachkaufzone selber einzuzeichnen, beziehungsweise dann auch Nachkauf zu tätigen. Ich werde es auf jeden Fall machen. Trotzdem no financial advice, by the way. Und was wir auch noch angucken könnten, B&B. B&B auch die erste große grüne Kaufzone getroffen. Bereich um 256 US-Dollar gestern getroffen. Auch hier schöne Erholung. Wir sind momentan in den 4 Stunden E-Mail-Ribbons. Aber auch hier kann ich mir noch sehr gut vorstellen, dass wir den Bereich um 241 bis 235 US US-Dollar's Golden Pocket, dieser gesamten Aufwärtsbewegung, sieht man hier ganz schön, liegt hier unten. Also hier ein Retest. Nach unten hin wäre auf jeden Fall schön, um dann einen neuen Abtrend nach oben hin zu bilden. Weil momentan sind wir einfach in einem Downtrend. Tiefere Tiefs, tiefere Hochs. Gibt momentan auch hier nichts Bullisches. Trotzdem kleine Nachkaufzonen eingerichtet. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Altkörnerwünsche noch habt für diese Woche, gerne in die Kommentare reinschreiben. Freue ich mich drüber. Dann schauen wir uns sie im Laufe der Woche immer mal an. Kommen wir zu den News jetzt noch. Die größten Trends im Cryptospace. Guter Artikel. Was ist so momentan Trendy im Cryptospace die letzten Jahre gewesen? NFTs natürlich, wer kennt es nicht? DeFi-Boom haben wir teilweise immer noch oder immer mal wieder. Wobei NFTs, glaube ich, der Hype auch so langsam ein bisschen verfliegt, wenn man so die ganzen Umsätze ansieht und die Preise auch. Und dann noch neutrale News. Australischer Senator entwirft Gesetzentwurf für Kryptoregulierung. Australien ja auch schon länger dabei. Jetzt gibt es den ersten Gesetzentwurf. Auch sehr, sehr gute News. Schaut gerne bei CryptoGuru vorbei. Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, war es das für heute. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne auch in die Telegram-Gruppe. Dort poste ich mittlerweile viel, viel mehr Chart-Updates. Auch mögliche Trade-Setups. Bin auch wieder viel, viel mehr aktiv seit der Pause. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen. Bis dahin. Wir hören uns wahrscheinlich dann morgen Abend zum Livestream. Wenn ihr Bock habt, auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.